Es ist Anboxenzeit und zwar diesmal mit Anfair und da geht es um fiese Freizeitparks und es ist ein Spiel aus dem Hause Korax Games. Hallo, hier sind die Hausis, Tanja, Torsten, Familie Enterich und ja, schnell das Messer gezückt. Das ist ja ein Spiel, da habe ich mich ja besonders jetzt noch schon drauf gefreut, weil natürlich wir haben es ja schon einmal gespielt, komplett gespielt. Richtig, wir waren ja auf den Biwex-Tagen, der eine hatte vielleicht unseren Bericht ja schon gesehen. Genau und ja, da haben wir das einmal komplett spielen können und es war eine epische Runde, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir sofort Spaß gemacht, ja es war unfair, natürlich. Es hat nicht die richtige Person gewonnen, ich hätte gerne gewonnen, aber egal, man kann ja üben. Es ist ein Spiel, ja für zwei bis fünf Spiele ab zwölf Jahre, hier steht drauf, 25 Minuten pro Person, könnte vielleicht ungefähr hinkommen. Und ja, ich zeige euch mal erstmal die Seiten und dann die Rückseite, wie immer, damit ihr auch seht, wie es aussieht. Und dann heben wir wie immer den Karton. Wir sind schon neugierig, wie es jetzt fertig ausschaut. Ja, schauen wir doch mal rein. Erstmal die Anleitung zu mir. Genau. Fühlt sich relativ dick an. Ja. Wir gucken mal, wir sind in Summe bei 19 Seiten. Hier haben wir zweimal den Rundenablauf. Die kann man dann auslegen. Und ja, hier geht es dann, einmal haben wir hier das Spielbrett. Es hat zwei Seiten. Ja, das ist eben halt genau die Aufteilung. Wir haben bisher immer nur die eine Seite kennengelernt. Und zwar hast du jetzt einmal die Seite, wo wir alle Karten in eine Richtung zeigend haben. Wie du quasi die vor Kopf legst, wenn alle an einem Tisch sitzen, in eine Blickrichtung. Oder, und das finde ich schön gelöst, du hast hier quasi die zentrale Auslage einmal in die Mitte gelegt, wo von zwei Tischseiten beide was lesen können. Okay. Wir gucken uns das genauer mit der Spielanleitung einmal an. Dann werden wir ja sehen, was das alles jeweils bedeutet. Ja, hier haben wir, das können wir euch mal schon zeigen, schön einsortiert. Das Inlay. Ja, das ist sehr schön. Hier haben wir ja Wertungsblock. Da, das haben wir noch nicht gesehen. Das ist zum Beispiel der Rundenzähler. Das ist ja witzig. So eine Achterbahngondel. Genau, Achterbahngondel. Hier haben wir noch zwei notwendige Würfel, W6. Die fühlen sich auch relativ schwer an. Ist nicht leichtes Kunststoff. Hier haben wir schon ausgestanzte Tokens. Das finde ich aber auch mal interessant, dass die schon direkt ausgestanzt sind und nicht in Stanzbögen mitgeliefert werden, dass man die erstmal auspüppeln muss. Ja, dann nimmt vielleicht auch nicht so viel Platz weg, wenn da so ein Inlay hier drin ist. Also zum Beispiel kann ich mal kurz zeigen, wir haben ja sowas wie Pokerchips in verschiedenen Währungen oder Wertungen. Was haben wir noch? Da bin ich mal gespannt auf, die haben wir gar nicht zu Gesicht gekriegt. Guck mal hier, wie so kleine Spiralen. Wahrscheinlich, es gibt ja hier in Summe ja verschiedene Kartensets. Wir haben ja, als wir das angespielt haben, oder gespielt haben, das erste Mal ja nur mit einem festen Satz Karten gespielt. Aha, leider geschlossen. Die Abteilung für Blaupausen ist geschlossen. Zugang für Blaupausen nur über Ereignisse und Fähigkeiten. Hier haben wir verschiedene Ereigniskarten. Fragwürdige Geschäfte, unerwartete Großzügigkeit, Einschüchterung, organisatorisches Verbrechen, Steuerprüfung. Also da hört ihr schon, das sind wahrscheinlich die Karten, die man eben halt benutzt, wenn man Anfair spielen möchte. Nebenbei, ich weiß gar nicht, ob wir den beim ersten Mal auch schon hatten. Hier ist jetzt dieser Startspielermarker als Eintrittskarte. Finde ich ganz witzig. Ja, jetzt habe ich hier die verschiedenen Attraktionen schon in der Hand. Ich weiß gar nicht, wie das sortiert ist. Nach dem Set, das sieht man, glaube ich, hier oben links, nicht in der Ecke, wahrscheinlich oben rechts oder so. Ja, irgendwas ist hier sortiert, die sind auch alle sortiert, also da muss man gleich aufpassen, dass man nicht durcheinander bringen. Hier Casino, bequeme Sitze, Entspannungspool, Schließfächter, Schließfächer. Ja, also schöne viele Karten, die man dann spielen kann. Ich stelle nebenbei gerade fest, die Papptokens, die sind also auch relativ dick. Fange ich mal mit den nächsten Karten an. Ach, das ist das Vampire-Set. Wir haben ja da verschiedene Sets, je nachdem, wie man spielen möchte. Hier ist zum Beispiel mit Vampire. Kann ja vielleicht mal kurz gucken, ob ich die Sets sofort erkennen kann, dass wir damit... Genau, Ganoven, Dschungel, Ninjas, Piraten, Roboter und Vampire. Sechs Themendecks haben wir hier drin in dem Paket. Genau. Ja. Gott sei Dank, keine Clowns. Gab's, glaube ich, keine Clowns, oder? Gab's da Clowns? Ich mag keine Clowns. Spukhaus, Spiegelkabinett, Wahrsagerin, Hausmeister. Ja, verschiedene Charakter, also Beschäftigte, die man dann anwerfen kann, gut bezahlen kann, nicht gut bezahlen kann, wie auch immer. Ja, und hier kommt das nächste Deck. Ich habe jetzt hier das Roboter-Deck. Genau, man sieht, man hat auch immer hier so eine Karte nebenbei, so eine Deckkarte quasi so für den Anfang, wo man auch sehen kann, was da so quasi drin ist. Ob man das mehr in die Parkgröße geht, Blaupausen, Münzen oder ob es auch unfair wird. Roboter, man sieht es eben halt von der Wertigkeit ja nicht ganz so unfair wie zum Beispiel die Piraten. Ja, also hier habe ich die Roboter genau. Und dann hat man dementsprechend dann die Decks, mit denen man dann arbeitet. Man kann ja mehrere Decks in einem Spiel benutzen, ne? Hatten wir, glaube ich, auch. Ja, das ist, wenn ich mich richtig entsinne, teilweise Spieleranzahl abhängig, dass man eine gewisse Anzahl Decks benötigt natürlich. Und dann empfiehlt man für die ersten Partien vielleicht noch eine gewisse Art von Decks, damit es eben halt also auch erstmal für den Einstieg leichter wird. Und danach darf man natürlich wahrscheinlich dann auch völlig selbst auswählen. Hier habe ich jetzt die Ninjas. Also da haben wir dann auch verschiedene, stressiger Monat, Maskenball, geschlossene Gesellschaft, Brandstiftung, Rückrufaktion, tickende Koffer. Hattest du die Rückseiten auch gezeigt? Die Rückseiten habe ich gar nicht gezeigt. Nein, die habe ich noch nicht gezeigt. Die kann man auch zeigen. Die sind dann passend, wie man es halt zusortiert auf dem Spielbord. Genau, für die jeweiligen Kartenstapel, ne? Parkanlage oder Prestigekarten, Ereignisse, Blaupausen. Genau. Und die Anfährkarten, genau. Das ist dann auch sortiert. So, dann ist das letzte Kartenset noch. Und ja, dann haben wir, glaube ich, alles soweit schon ausgepackt. Und wie ihr seht, es ist schön, da passt alles rein. Ich finde es ganz gut. Hier, last but least, der Dschungel. Ich bin mal gespannt. Also, wir haben das Spiel zu viert oder zu fünft gespielt? Wie war das nochmal? Zu viert haben wir. Zu viert haben wir. Eins, zwei. Ja, zu viert haben wir. Zu viert haben wir. Ich bin mal gespannt, wie es sich zu zweit spielt. Auf jeden Fall. Ob das dann auch so viel Fun macht oder ob man wirklich in einer größeren Runde sein muss. Ja, und wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Ja, du hattest jetzt die Dschungelkarten gezeigt, ne? Genau. Wir hatten Dschungelkarten. Und ja, wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die Hausis. Tanja. Thorsten. Und natürlich, uups, überall Folie. Haben wir Hinterricht. Tschüss.